Der Nasdaq hat innerhalb der letzten drei Wochen 10% verloren. Aber nicht nur Tech-Aktien befinden sich auf dem Rückzug, sondern auch Qualitätsaktien aus dem Konsumgüterbereich und andere. In diesem Video schauen wir uns mit Amazon, Novo Nordisk und LVMH3 sehr beliebte Aktien an, die innerhalb eines Monats deutlich billiger geworden sind. Wo sich der Einstieg lohnen könnte, erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Teth, bei uns geht es ums Investieren, ums langfristige Halten von Qualitätsaktien. Und da kommt es uns natürlich gerade zurecht, wenn Qualitätsaktien günstiger zu haben sind. An der Stelle ganz wichtig immer, keine Kaufung, keine Verkaufsempfehlung. Dann würde ich sagen, geht es auch schon los. Und zwar mit den Gründen für die gestiegene Volatilität und für den Abverkauf. Ich sehe zwei Hauptgründe. Der eine Hauptgrund ist euch sicherlich schon bekannt, wenn ihr den Aktienfinderkanal ein bisschen länger verfolgt. Ich habe ja darauf hingewiesen, dass insbesondere Technologietitel sehr stark, sehr hoch bewertet sind. Das könnt ihr dann selbst nachvollziehen hier. Also nochmal, wenn ihr in den Markt geht, dann hier den Nasdaq 100 insbesondere anklickt. Und dann hier, so teuer ist der Nasdaq 100. Und ich zoome hier ein bisschen rein und dann sehen wir, der Nasdaq, also ihr könnt ja hier, ihr seht ja den Abverkauf quasi. Ihr seht ja aber auch hier. Und das ist der Abverkauf. Und ihr seht, dass hier das KGV jetzt nach unten geht, des Nasdaqs. Das liegt jetzt bei 32,5. War spitze, als ich das erste Video darüber gedreht habe, war es bei 37. Das sind also viereinhalb Punkte schon weniger auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, aber wir müssen ja hier nur auf den Jahresschnitt rauszoomen. Dann sehen wir, dass es immer noch hoch bewertet scheint, der Nasdaq. Und wenn wir hier noch ein bisschen weiter rauszoomen, sehen wir das nochmal ein bisschen besser sogar. Also das ist einer der Gründe. Hier könnt ihr das wirklich hervorragend sehen, wie teuer der Nasdaq eigentlich immer noch bewertet ist. Und an der Stelle Kommentare auch vorzubeugen. Möglicherweise ist es ja auch berechtigt, wenn das Gewinnwachstum sich beschleunigt hat, und das muss man natürlich dann im Einzelfall für jede einzelne Aktie prüfen, was wir hier jetzt beispielsweise auch für Amazon tun werden. Aber nichtsdestotrotz führt es natürlich dazu, so ein hohes KGV, so eine hohe Bewertung, dass die Unsicherheit natürlich auch hoch ist, insbesondere, beziehungsweise dann auch die Falltiefe, sobald die Nachrichten irgendwie was Negatives an sich haben. Und ja, genau das erleben wir jetzt halt gerade. Der andere Grund, Hauptgrund, warum wir momentan eine hohe Volatilität haben, vor allem noch beim Konsumgüterbereich, ist es einfach, dass wir eine schwächelnde Nachfrage haben. Nicht im Technologiebereich im Allgemeinen, aber für Konsumgüterhersteller. Und das haben wir jetzt bei Diageo gesehen, bei Starbucks, bei McDonalds, bei Pepsi und auch LVMH als Luxushersteller, als Premium-Luxushersteller, bleibt da jetzt nicht verschont von. Also das sind so die zwei Gründe. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal die einzelnen Aktien an, das heißt, dafür gehen wir in den Aktienfinder rein und die erste Aktie, mit der ich beginnen möchte, ist Novo Nordisk. Die haben Earnings jetzt in der kommenden Woche, am 7.8., also relativ bald. Das muss dann natürlich nochmal interessant sein. Wir gucken uns die schon vorher an. Was wir hier auch immer machen können, das ist, um ein Gefühl zu kriegen, wie es da aussieht am Markt. Wir schauen uns einfach die größten börsennotierten Unternehmen überhaupt an, indem wir hier absteigen nach Marktkapitalisierung, sortieren. Dann gucken wir einfach mal hier, wie die Aktien im letzten Monat gelaufen sind. Dann sehen wir hier, zweistellige Preisabschläge sind an der Tagesordnung bei Microsoft, Nvidia, Alphabet, Adi, Lili, Tesla und anderen. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter runtergehen, hier sehen wir Novo Nordisk, im Prinzip auch zweistellig, minus 10%. Und dann hier noch irgendwann hier LVMH mit knapp minus 12%. So, wir fangen an mit Novo Nordisk. Novo Nordisk ist ja auch schön zurückgekommen, beziehungsweise die um die beschriebenen 10%. Wir können mal gucken, hier, here to date, wir machen das Ganze logarithmisch. Und das seht ihr hier, vom Hoch sollten das sogar minus 15% vom Hoch, vom Hoch, also vom Allzeithoch, minus 15% sogar entfernt auf Jahressicht. Aber immer noch 25% gewonnen. Und aus 5-Jahres-Sicht hat die Aktie 450% quasi zugelegt. Knapp ein bisschen kommt auch noch durch die Dividende zustande von der gesamten Performance. Die Dividendenrendite aufgrund der stark gestiegenen Kurse sehr, sehr niedrig, würde ich sagen. Die liegt momentan bei 1,1% immerhin. Also vor kurzem gab es noch etwas unter 0,9%. Das ist eben der Korrektur zu verdanken. Wir sehen aber hier dynamisches Dividendenwachstum. Laut Prognose Anfang 2028 immerhin bei 2,3% schon die Dividende. Das heißt, mit einem Dividendenwachstum von, und dann schauen wir mal, wie hoch das ausfällt. Auf dem Schnitt der letzten 5 Jahre durchschnittlich um 21% wurde die Dividende angehoben. Das ist natürlich schon sehr sportlich. Also eine schöne Aktie für Dividendenwachstumsstrategie. Müssen wir auch in das Scorecard sehen hier. Dividendenwachstum 8, Gewinnwachstum ebenfalls 8, nur Dividendenertrag hohe Dividende von Anfang an eine 4. Also dafür ist die Aktie weniger gut geeignet. No, das kam ja übrigens auch im Stadler-Depot und ist da unser Top-Performer. So, ich habe eine Grafik für euch vorbereitet, eine Excel, und dann möchte ich euch mal zeigen, wie es bei Novo Nordisk aussieht. Und zwar, ihr müsst es hier auch sehen können, in der Legende. Wir haben hier von 2018 bis geschätzt, 2028, die Umsatzentwicklung. Ich habe die für euch aufgeteilt in quasi Basisumsatz. Und dann in den Umsatz, den die zwei Blockbuster-Medikamente machen, nämlich Osembic in grün und blau VEGOVI. Und wir sind momentan ja hier, hier irgendwo, Mitte 2024. Und ihr seht, die beiden Medikamente machen derzeit, Pi mal Daumen, die Hälfte des Umsatzes aus. VEGOVI ist ein Medikament, das rein meines Wissens gegen die Behandlung von Übergewicht eingesetzt wird. Osembic ist ein Medikament, das seht ihr hier, das gibt es schon länger. Das wurde früher ausschließlich bei der Diabetesbehandlung eingesetzt. Und mittlerweile eben ist es auch ein Blockbuster geworden gegen Übergewicht. Und das hier ist im Prinzip der ganze Rest. Und ihr seht ja die Dominanz von diesen beiden Medikamenten bei Novo Nordisk. Und Wohl und Wehe von Novo Nordisk, beziehungsweise der Aktie, hängt natürlich dann von diesen beiden Medikamenten ab. Man muss jetzt dann mal schauen, was so die Risiken sind bezüglich der Umsatzentwicklung, dass es nicht so kommt, wie wir hier die Analysten das erwarten. Und was fällt einem da ein? Natürlich die Konkurrenz, zum Beispiel Elilili, die auch richtig runtergekommen sind, haben wir vorhin kurz gesehen, glaube ich. Also Konkurrenzprodukte, gegebenenfalls günstigere Konkurrenzprodukte, könnten dazu führen, dass weniger verkauft wird bei Novo Nordisk. Möglicherweise können auch weniger verkauft werden, weil Krankenkassen nicht bereit sind, dass sie übernehmen. Ich habe mal schon gelesen, das ist auch schon passiert in den USA bei Krankenkassen. Management sieht es vielleicht auch ein bisschen zweckoptimistisch anders. Die sagen eher, wir denken, dass die Bereitschaft zur Kostenübernahme durch Krankenkassen steigen wird, weil auch diese Medikamente, und da ist dann noch zusätzliche Hoffnung drin, auch gegen Arthritis beispielsweise, wir helfen würden und gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das OSM-PIC ist ja so eine Geschichte, das wurde schon entwickelt, da wurde ein anderer Anwendungsfall gefunden und das könnte sich jetzt auch noch fortsetzen. Das ist dann so ein bisschen die Redensart dahinter. Das würde natürlich auch für zusätzliche Umsätze sorgen. Und vielleicht auch noch mal zu zeigen, wie groß, wie hoch die Bedeutung von diesen beiden Medikamenten ist auch. Novo Nordisk kommt nicht hinterher mit dem Produzieren von diesen Medikamenten. Sie können die Nachfrage nicht bedienen, sie bauen deshalb die Produktionskapazitäten aus für 8,7 Milliarden US-Dollar. Und auch das ist aber wiederum ein Risiko. Stellt euch vor, irgendwas passiert jetzt und die Umsätze bzw. die Nachfrage steigt nicht so, wie es erwartet wird. Und das könnte dann zu Abschreibungen führen und oder sinkenden Margen, wenn wir hier dann plötzlich Fabriken haben von Novo Nordisk, die nicht komplett ausgelastet sind. Also die Karte, die wird jetzt halt richtig gespielt und da muss man mal gucken, was passiert. Und ein Investment in Novo Nordisk macht für dich nur dann Sinn, wenn du eher hier daran glaubst, dass wir hier diese beiden Blockbuster, dass die die Umsätze auch so steigern werden, in der Größenordnung, wie wir das hier sehen. Und dass diese Risiken eben nicht relevant werden. So viel dazu zur Groborientierung bei Novo Nordisk. Ich denke, hier den Qualitätsstück etc. müssen wir nicht gehen. Was jetzt wichtig ist natürlich noch, ist die Bewertung. Weil Chance und Risiko hängen natürlich ganz stark von der Bewertung auch ab. Gehen wir in die Multiples rein, um mal ein Gefühl zu kriegen. Hier sehen wir, wie das KGV immer weiter angestiegen ist, basierend auf dem bereinigsten Gewinn. Wir haben momentan KGV von hier, ich glaube, das müsste der richtige Punkt sein, von knapp 46. Und dann sehen wir, das ist deutlich über dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Wobei dieser Schnitt auch jetzt nicht wirklich repräsentativ ist. Weil das hier war ja Novo Nordisk Diabetes only und erst so hier irgendwo, hier seht ihr dann, als der erste Hype hier kam, würde ich sagen, dann wurde das, das ist dann quasi das neue Novo Nordisk. Und wenn wir da mal den Schnitt einrechnen, dann haben wir hier schon einen Schnitt von 33, 34. Und hier sieht man, wie schnell das KGV abgebaut werden würde, falls die Gewinne so steigen würden, wie es prognostiziert wird. Wenn wir jetzt mal in den fernen Wert hier reingehen, dann haben wir auch hier erstmal einen Zehn-Jahress-Schnitt. Man sieht hier, dass anhand dieses Schnitts Novo Nordisk Aktie also extrem überbewertet wäre. Hier sieht man mal die Korrektur aus, sie wäre immer noch extrem überbewertet. Auch hier sollen wir keinen Zehn-Jahress-Schnitt nehmen, sondern kürzeren. Im Dropdown kann man bis drei-Jahress-Schnitt auswählen als kürzester. Das ist okay, kann man machen. Gegebenenfalls könnte man sogar nochmal ein bisschen kürzeren Schnitt auswählen, wenn man hier rein fundamental unterwegs ist. Weil man sieht, so richtig ist der Gewinn erst hier später gestiegen. Also nicht hier, sondern hier könnte man auch noch einen kürzeren Zeitraum auswählen. Das wären jetzt zum Beispiel, hier sind es fünf Jahre, Entschuldigung, wenn ich so auswähle, sind es nur zwei Jahre. Und dann geht der Schnitt nochmal ein bisschen nach oben und dann auch entsprechend der faire Wert hier. Jetzt kann ich hier mal reinzoomen. Und es ist aber nach wie vor so, dass wir immer noch eine Überbewertung haben. Hier wäre jetzt dann die Novo Nordisk Aktie bei ungefähr 730 dänischen Kronen fair bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 870 dänischen Kronen. Man sieht hier übrigens auch das Gewinnwachstum. Und dieses Jahr soll es dann bei 24, 25 Prozent im nächsten Jahr liegen, um die 20 Prozent im Jahr drauf. Also geschätzt 2026. Und dann nimmt auch die Anzahl an Analysten Schätzungen rapide ab. Das würde ich dann nicht mehr, würde ich mich jetzt nicht mehr drauf verlassen. Das ist auch schon sehr weit Glaskugel. Was aber realistisch sein kann, ist natürlich, dass es irgendwann zu einer Gewinnverlangsamung kommt. Das muss man dann auch mit einbeziehen. Wenn wir uns jetzt aber erstmal die Renditeerwartung bis 2026 anschauen, die jährlichen, dann wäre das hier bei 11,4 Prozent. Das hieße, okay, wenn man jetzt schon ein bisschen längerfristig dabei bleiben möchte, dann wäre das gegebenenfalls schon ein Zeitpunkt, sage ich mal, wo man einsteigen könnte. Ich würde nicht mit einem Einmalbetrag reingehen. Ich würde dann eher hier gestaffelt gegebenenfalls reingehen und nochmal so Kauflimits bzw. Preisalarme setzen. Vielleicht mal bei 800 oder hier. In dem Fall 87 dänische Kronen. Und da hätte man dann schon nochmal eine deutlich höhere Renditeerwartung von 16,5 Prozent. Kann man einfach hier reingehen. Ich habe hier ein Kauflimit von 850. Wenn ich Kauflimit setze, dann mache ich die Kauflimits auch oft, einfach damit ich die Mail kriege und sehe, ah, die Aktie ist jetzt noch weiter runtergekommen. Aber das ist auch ein Grund, warum ich Kauflimits setze. Man kriegt ja, man kann sich ja die Mails dann quasi, oder ich kaufe, Preisalarme, so weiß ich das eigentlich, zustellen lassen. Der wird dann täglich versandt und dann gibt es so eine schöne Liste mit Logos und Preisabschlag und so weiter vom Tag etc. Und deshalb habe ich dann auch hier öfter die Preislimits etwas höher gesetzt, weil ich das relativ frühzeitig mitkriegen möchte, wenn die Schwächephase quasi von der Aktie an dauert. So viel dazu. Also Novo Nordisk könnte man schon einsteigen, wenn man an das gerade eben skizzierte Szenario glaubt. Aber ich würde einen gestaffelten Einstieg empfehlen. Gucken wir uns mal die nächste Aktie an. Und die hatte schon die Earnings gehabt, letzte Woche. Und das wäre Amazon. Amazon müssen wir jetzt wieder ein bisschen hochgehen, weil die in der Marktkapitalisierung sortiert. Hier sehen wir das Ganze. Dann gehen wir mal in die Performance rein. Und das wäre jetzt 5 Jahre Kursentwicklung. Machen wir mal Year to Date. Und dann sehen wir hier den Abverkauf innerhalb eines Tages von, hier wären es 9%, wenn ich es richtig erwischt habe. Und vom Allzeithoch, das irgendwo hier liegt, hat die Aktie mittlerweile 16% verloren. Year to Date aber immer noch zugelegt mit 10,5%. Und langfristig wisst ihr das ja. Also gut, das ist vielleicht auch noch interessant. Der momentane Aktienkurs liegt unterhalb dem, oder ich sage es mal andersrum. Die Novo Nordisk-Aktie ist eine von diesen Technologietiteln, die nicht so stark gestiegen sind wie andere Aktien, die neue Allzeithochs erreicht haben. Hier haben wir auch zwar ein neues Allzeithoch, aber nur ganz schwach im Vergleich zum Vor-Corona-Zeitraum. Also langfristig allerdings hier, könnt ihr ja schön sehen, erste Sahne. Was ist jetzt bei Amazon passiert bei den Earnings? Warum gab es den Abverkauf? Schließlich lag der Gewinn pro Aktie an 20% über den Erwartungen der Analysten. Und wenn ihr euch das hier im Aktienfinder mal anschaut, im Qualitätscheck, da könnt ihr dann auch schön sehen, dass hier der Gewinn nach wie vor steigt. Der ist auf Allzeithoch. Der Umsatz ist um 10% gestiegen, was auch so im erwarteten Mittel eigentlich liegt aus meiner Sicht. AWS ist sogar der Umsatz um fast um 20% gestiegen, was positiv ist. Weil AWS ja dazu beiträgt, dass die Margen steigen. Und weil wir hier steigende Margen haben, auf lange Sicht auch, und steigende Umsätze potenziert sich das. Und das heißt, wenn wir 10% Umsatzwachstum haben, haben wir mehr Gewinnwachstum wegen den steigenden Margen. Ja, warum ist jetzt der Kurs trotzdem gefallen? Der Free Cashflow, also Amazon investiert sehr viel, vor allem in AWS-Rechenzentren und da wir für diese künstliche Intelligenz, wie heißt sie, Creative Artificial Intelligence oder irgend sowas, um eben Texte, Bilder und so weiter zu generieren, mit Hilfe von AI als Dienstleistung für die Kunden. Das lässt sich eben MSN einiges kosten. Und da ist der Markt momentan so ein bisschen skeptisch diesbezüglich. Und wenn dann eine Free Cashflow niedriger ausfällt, als sich das dann im Markt erwartet hat, dann schickt er halt die Aktie gehen Süden. Andere Grund, mindestens genauso relevant, schätze ich mal, das war, dass der Ausblick ein bisschen enttäuscht hat für den Rest des Jahres. Umsatzwachstum, so bei 8-11% liegen. Und was wir auch noch gesagt haben, ist, dass es relativ schwer ist, insbesondere im Bereich vom Online-Handel, da jetzt eine klare Aussage zu treffen, aufgrund schwächerer Konsumausgaben, beziehungsweise ja, enger werdender Gürtel, die enger geschnallt sind. Da kommen wir dann bei LVMH auch nochmal drauf. Insgesamt, denke ich, läuft es aber sehr gut und die Trends sind, oder die Chancen sind alle noch intakt. Also AWS läuft gut. Wir haben effizienten Online-Handel. Ich habe ja schon im Video vor einem Monat ungefähr mal über Amazon gesprochen. Wir haben einen sehr effizienten Online-Handel mittlerweile, auch durch Entlassung etc. und Abbau von Überkapazitäten. Und wir haben ein hochmarschiges Werbegeschäft, das auch gut läuft, sieht man hier, im Segment Advertise Services. Also Amazon beruht mittlerweile so ein bisschen wie Microsoft auf mehreren Stützen oder Segmenten, könnte man hier natürlich sagen und ist im Prinzip auch so ein bisschen diversifiziert dadurch. Die Margen sind zwar relativ unterschiedlich immer noch, das wird auch so bleiben, zwischen Online-Handel und Cloud-Geschäft und Werbegeschäft. Aber im Prinzip wird Amazon, das ist meine Lesart, immer stärker. Gucken wir uns jetzt mal die Multiples an. Und hier sehen wir, ganz im Gegensatz zu Novo Nordis, dass langfristig Amazon immer günstiger zu werden scheint. Wird anhand des KGVs gemessen hier. Man kann mittlerweile Amazon anhand des KGVs bewerten, nicht mehr wie früher, anhand des freien Cashflows. Wenn wir mal ein bisschen näher reinzoomen hier, dann sehen wir, dass wir hier ein KGV haben von, ich würde mal sagen, um die 25. Und scheint es für den Technologietitel erstmal gar nicht so teuer zu sein. Gucken wir uns mal an, was der faire Wert sagt. Hier haben wir erstmal einen ganz wilden fernen Wert, das aber dem geschuldet hat, auf einen 10-Jahres-Schnitt berechnet wird. Wir nehmen mal drei Jahre, das sieht man schon, dass sich das deutlich näher jetzt plötzlich an den Kursverlauf anschmiegt. Und ich habe jetzt hier ein 32er KGV als Schnitt bekommen durch den 3-Jahres-Zeitraum. Wir sehen hier jetzt im Vergleich zum letzten Video übrigens, dass die Analysten, die ja sehr fix sind mit der Anpassung von Schätzungen, jetzt davon ausgehen, dass der Gewinn dieses im laufenden Geschäftsjahr leicht sinken soll. Was ja jetzt erstmal eine unschöne Entwicklung ist bei einer Technologieaktie, die eigentlich stark wachsen solle. Deshalb, ich würde mal ein bisschen vorsichtig sein. Also Bewertung von der Aktie ist auch ja etwas eine Kunst und würde hier mal ein bisschen noch nach unten korrigieren, den Schnitt auf wenigstens 30. Und wenn ich das tue, man sieht dann hier auch, dass der faire Wert sich noch ein bisschen besser drüber legt, wenn wir dann noch weiter zurückgehen, zum Beispiel auf 28, dann seht ihr, dass es jetzt noch besser passt. Das ist jetzt natürlich schon sehr konservativ gerechnet, wie ich finde. Und wir können es aber mal so machen, immer noch sieht man hier dann aber, dass die MSN-Aktie beim aktuellen Kurs von 168 Dollar überwertet ist. Selbst wenn man den Fernwert basierend auf dem laufenden Geschäftsjahr nimmt, wo ja bereits ein Gewinnrückgang prognostiziert wird, da liege dann der faire Wert der Aktie nämlich bei 180 US-Dollar, das wäre hier eine Renditepotenzial von 7,4 Prozent, beziehungsweise annualisiert, weil wir nur noch einige Monate haben, von 19 Prozent. Und wenn man dann hier, auch daran muss man natürlich glauben, wenn dann der Gewinn wieder stärker ansieht, dann hätte man bei einem Einstiegskurs von heute sogar jährlich eine Renditeerwartung von 20,3 Prozent für zwei und knapp ein halbes Jahr. Also ein fairer Wert liege dann bei 262 US-Dollar. Also das halte ich durchaus für attraktiv. Amazon halte ich für eine attraktive Aktie. Gucken wir uns mal an, wie es bei LVMH aussieht. Und dafür müssen wir jetzt hier wieder ein bisschen nach unten scrollen. Da ist LVMH. Und gucken wir uns erstmal wieder hier die Performance an, nochmal Year-to-Date. Und die ist ja ziemlich bewegt. Wir hatten hier schon Tiefskurse mal zwischendrin gesehen von 747 Euro und haben das jetzt nach unten durchbrochen. Also die Aktie ist jetzt aus Jahressicht 14 Prozent im Minus. Und wenn wir hier mal vom Jahreshoch mal schauen, hat die Aktie sogar 28 Prozent eingebüßt. Insgesamt sehen wir hier, dass wir passiert auf dem aktuellen Niveau. Im Prinzip jetzt ein Kursniveau haben von Mitte 2021. Also seit drei Jahren quasi hat sich dann die Aktie in dem Fall nicht bewegt. Das hat sich natürlich schon bewegt, aber auf Sicht von heute war es dann eine Nullnummer. Man muss schon ein bisschen weiter zurückgehen. Dann sieht man, doch handelt es sich um eine Qualitätsakte. Das sieht man natürlich auch, wenn man sich die Gewinnentwicklung hier von LVMH anschaut. Alle Zahlen sind ja schon aktuell hier. Das ist alles aktualisiert, auch bei Amazon. Und hier sehen wir aber auch, dass wir einen Gewinnrückgang haben jetzt bei LVMH. Und dieser Gewinnrückgang, das ist die Pressemitteilung, sehen wir hier den Umsatz. Und da sieht man dann auch den Umsatzrückgang, der zum Gewinnrückgang geführt hat. Und das ist leider relativ breit aufgestellt. Also wir haben in mehreren Segmenten verloren. Und insbesondere auch hier im wichtigsten Segment Fashion & Leverguards. Wobei hier nochmal die Unterscheidung ist zwischen Repol und Organic. Bei Organic sind die Wechselkursveränderungen in erster Linie auch draußen. Da sieht man, okay, da wäre der Umsatz nicht zurückgegangen, sondern um 2% gestiegen. Aber auch 2% ist natürlich ziemlich schwach für einen Wachstumswert. Insofern der Abverkauf erstmal nicht überraschend. Woran liegt es? Ja, ich habe es im Großen und Ganzen schon erwähnt. Schwächere Nachfrage. Weil die viele Konsumenten die Gürtel enger schnallen müssen. Insofern ist LVMH auch tatsächlich von einer gewissen Zyklik betroffen. Hier ist dann natürlich die Frage, ist jetzt der Abverkauf so weit fortgeschritten, dass sich jetzt schon der Einstieg lohnt? Oder sollte man noch warten? Auch hier gucken wir uns die Multiples an. Und da sieht man im Prinzip, dass LVMH auch immer wieder zurückgekommen ist auf so ein 20er KGV, sage ich mal. 21, das war nicht selten. Wenn man noch weiter zurückgeht, wurde es auch mal billiger. Und hier haben wir diese, aufgrund von Corona, weil der Gewinn eingebrochen ist, ein nicht repräsentatives KGV. Wenn die Aktie mal wirklich hoch bewertet war, dann kam es so an die 30 ran. Man könnte so sagen, sie schwankt irgendwo zwischen 20 und 30 des KGV, was auch schon eine ordentliche Schwannungsbreite ist. Und hier sehen wir die Analystenschätzungen, gehen davon aus, dass der Gewinn weiter steigt. Und dann ist das KGV dann entsprechend auf dem aktuellen Kurs sinken sollte, sodass das dann, wenn es so käme, automatisch zu Kursgewinnen führen würde. Gehen wir mal hier in den fairen Wert rein. Und auch hier, was machen wir hier? Hier würde ich mal sagen, wir nehmen die Weisheit, die wir hier gewonnen haben und sagen jetzt mal, wir sind jetzt vorsichtig und nehmen mal ein 20er KGV für die Bewertung von LVMH. Und dann gehe ich von hier 24,7 auf 20, also quasi den unteren Rand. Also das heißt, ich bewerte LVMH jetzt wirklich defensiv. Und dann gehen wir hier mal rein und das ist der aktuelle Kurs, 630 US-Dollar Euro. Und der Kurs, basierend auf dem laufenden Kälter der Schätzung, lege dann der faire Wert bei 605 Euro. Das heißt, wir hätten hier quasi erstmal kurzfristig immer noch Korrekturpotenzial. LVMH haben wir auch im Stadlerdepot, da wird es selbstverständlich weiter bespart, weil mit Aktiensperrplänen ist es ja eigentlich langfristig gut, wenn die Aktie mal günstiger zu haben ist. Das heißt, wenn wir immer mal wieder auch hier kaufen, wenn das KGV niedrig ist. Einmalkauf sieht man hier, würde ich jetzt noch nicht unbedingt favorisieren. Ähnlich wie Novo Nordisk würde ich hier, wenn man die Aktie haben will, den gestaffelten Einstieg bevorzugen. Wichtig ist aber hier noch die längerfristige, mittelfristige, über knapp zweieinhalb Jahre Erwartung. Da würde dann die Renditeerwartung bei 8,5% liegen. Das ist schon okay, kann man dann auch mit argumentieren, insbesondere weil wir das KGV auch schon nach unten gedreht haben, dass man hier dann eine erste Tranche quasi holen würde und dann natürlich nochmal entsprechend weiter unten hier zum Beispiel, wo gerade der faire Wert ist, das wären dann hier 560 Euro und da hätte man eine Renditeerwartung von 14% schon. Also von 8, irgendwas auf 14, irgendwas Prozent. Das sieht man, wie viel von der Renditeerwartung der Einstiegskurs ausmacht. Okay, das waren jetzt die drei Aktien, drei Aktien, die in komplett unterschiedlichen Branchen sind, aber alles drei Qualitätsaktien, die langfristig für Kursgewinne Sorgen gesorgt haben und hoffentlich auch noch weiter sorgen werden. Welche aktiven Aktien ist euer Favorit? Welche Aktien hättet ihr noch gerne analysiert? Könnt ihr mir alles in die Kommentare reinschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann schauen wir mal, was die nächste Börsenwoche bringen wird. Ciao!